Moin Leute, was geht? Mein Name ist Sudo Gamescom auf der Playstation 3 und her- äh, auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu GTA 5 Online. Da hinten ist schon die Polizei unterwegs mit einem riesigen Helikopter. Ich weiß nicht was hier los ist, in GTA 5 wird gemordet und getötet und mich hat das Spiel verlassen, weil er die ganze Zeit am Leggen ist. Und wir töten hier auch am Strand. Los Santos ist nicht... Oh Gott. Los Santos versinkt in Chaos und Mord. Ja, komm, hau ab, du Peliman. Herrlich, eine neue Nachricht. Wollt ihr sie hören? Nee, eigentlich nicht. Ich hab gutes Internet. Ähm, ja, ich geh jetzt offline. Okay, hau rein. Ach, da liegt's an meinem Internet. Hä, mein ist sowieso schlecht. Ganz ehrlich, ich hab richtig gammelt Internet, aber hey. Ich mein, die Aufnahme geht bei mir. Äh, im Spiel geht's eigentlich. Die Polizei-Autos Laufen flüssig. Die Bullen steigen flüssig raus. Nur eben, das ist halt bei... Die Mitspieler, die ruckeln ein bisschen, finde ich. Es hauen alle ab hier. Alle ab. Hä, na alle. Hä, ist ein bisschen übertrieben. So, jetzt in meinem Bullen-Fahrzeug. Oh, nice. Ich liebe dieses Auto. Das kann man nur lieben. Moin, moin. Ha, ich bin so geil. Wird's einem schwindelig, ey. Boah, geil. Guckt euch mal das Meer an hier. Tsunamis. Nein, 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 nein. Was mach ich jetzt? Muss ich hier einen gezielten Schuss machen? Schauen, Mann. Schwimm schneller. Schwimm schneller. Was ist denn das für eine Scheiße? Zieh die Waffe, du... Jetzt endlich. Komm schon. Jawohl, ich hab ihn erwischt. Der ist auf jeden Fall tot. Und jetzt noch mehr Geballer. Ich muss einen Pilot treffen. Das ist das Wichtige. Aber ich glaub, der Heli, der... Der schwankt schon ein bisschen. Den haben wir gleich. Der muss ich noch ein bisschen bearbeiten. Mit meiner Pistole und den richtigen Schuss setzen. Dann ist der auch... Verdammt hinüber. Aber erst mal bin ich hinüber. Also dann, bis morgen, wenn du dann Zeit hast. Vielleicht. Äh, morgen hab ich den ganzen Tag Zeit. Morgen früh geh ich erst mal Ding. Äh, zum Elektrofachhändler. Und guck, ob die eine PS4-Kamera haben. Aber wie... Aber ich denke mal, die ist bestimmt ausverkauft oder so. Mal gucken. Wenn es eine hat, dann werde ich auf jeden Fall... Äh, meine Let's Plays dann mit Facecam machen. Okay. Ja. Okay. Das war's auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 4. Ein bisschen Geballer, ein bisschen Gerede mit WhatsApp. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Und haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 4. Ciao.